Wir haben den Trash Day mit dem Jerm Geh und Jacker. Hi Leute, ich bin auch wieder da. Ich hab's mal geschafft, endlich. Ja, ich hab's geschafft. Ja, endlich mal. In den Trash Day. Zu diesem wunderbaren Spiel. Brickforce. Genau. Kommt mal, Brickforce. Heute zocken wir Brickforce. Ich heiße German M.G., weil irgendein kleiner, gammeliger Typ mir mal einen tollen Name geklaut hat. Äh, nur ganz kurz, ich hasse dich. Ich finde dich. Ich töte dich. Fertig. Okay. Äh, ich hab das Spiel mal ein bisschen angezockt. Ich hab mir hier eine tolle Sniper gekauft. Ähm. Ich werd aber wahrscheinlich nicht mit der Sniper spielen, ich werd mit dem Maschinengewehr spielen. Ja. Und ich hab hier den Checker in meiner Freundesliste. Was man aber nicht machen kann. Was ich schon richtig abgefuckt finde. Man kann nicht hinterherjoinen. Das geht nicht. Äh, hörst du mich noch eigentlich? Ja, ich hör dich noch. Bin noch da. Super. Na, Angst. Also gehen wir mal auf Spielmodus Räume. Ich nehm auch. Du siehst. Äh, sollen wir mal nach, äh, sortieren. Kann man hier sortieren. Äh. Ja, okay, es ist ja schon nach Nummern sortiert. Nehmen wir mal, siehst du den Nummer 8er? XP hier. Ähm. Ja, deine Stimme leckt ziemlich. Okay, der ist jetzt voll der XP hier. Siehst du Nummer 11? Ne, der ist auch scheiße. Bei mir ist das angeordnet. Äh, wie ist es denn bei dir angeordnet? Okay, ich spiel's das erste Mal, deswegen, wo muss ich denn drauf? Um irgendwas zu sortieren oder so. Äh, du hast doch jetzt ganz links 1, 2, 3, 4, 5, oder? Ja, da bin ich auch gerade. Gut. Äh, jetzt quatsen wir mal mit der Maus runter, bis Nummer 13 kommt. Da ist bei mir Playground. Playground, Air Construction. Playground, Air, Con, Lol. Das, wie, die Karte heißt wie? Air Construction. Ah, ne, das Playground. Titel, Air Construction. Wo ist denn der Unterschied? Keine Ahnung. Okay. Ähm. Du, 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 du. Sortieren wir mal nach... Karte. Also du gehst jetzt, scrollst ganz nach oben und drückst dann auf Karte auf diesen kleinen Pfeil. Gut. Okay. Was ist bei dir denn Nummer 3? Also das Dritte. Jetzt sind sie aber nicht mehr sortiert bei mir. Ja, ja, also ich meine, den Dritten von oben. Wie heißt denn der bei dir? Ähm. Attack. Okay, ist irgendwie komisch. Ich glaube, du bist auf einem anderen Server als ich oder so. Ähm. Ach, du bist auf Beginner 1. Nur Spieler zum... Regenobergefreiter. Ähm. Geh nochmal raus ins Hauptmenü, also wo du wählen kannst. Alles. Gut. Das Spiel fuckt mich jetzt schon ab. Hehehe. Man findet noch nicht mal einen einheitlichen Server. Ja. Äh. Drück. Oben rechts auf Serverliste. Ja. Beginner 1 bin ich. Ja, dann gehen wir auf Play minus 0 1. Play 0 1. Ja. Bin drauf. Okay. Und jetzt kennen wir noch auch Spielmodus Räume. Genau. Und nehmen jetzt mal den zweiten. Der müsste VIP-Longer heißen. VIP-Lager, ja genau. Mit 13 von 16 Spielern. Und jetzt ist der Raum voll. Nice. Ähm. Nummer 11. Siehst du die? McDonalds? Ja. Gut, dann nehmen wir den. Okay, machen wir mal auf McDonalds. Okay, bist du drin? Ah, da ist der Checker. Bereit. Drück mal bereit. So. Bereit. Go, go, you little shits. Go, go, you little shits. Die schreiben alle auch go. Oh Gott. Weil denn... Hm. Nicht stoppen. Lol, deine Stimme leckt übelst. Kann ich auch nicht ändern. Schade. Hm, blöd. Naja. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Stimmt. Hm, jetzt hört man dich gar nicht. Falls jetzt irgendwas sagst. Ähm. The German Game wurde gekickt. Du wurdest gekickt? Ja. Ich auch. Juhu. Juhu. Also, äh... Guten. Ich stoppe mal ganz kurz die Aufnahme. Wir sind gleich wieder da. Erlaid. Also, jetzt, Leute, sind wir hier in einem Game. Okay. Fünf FPS. Oh mein Gott, das ist so spannend. Was machen wir hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin tot. Ich auch. Oh mein Gott, das ist so spannend. Vor allem mit so viel FPS. Spannung. Oh, der hat ProSieben-Schuhe. Okay, lol. Und ich bin schon wieder tot. Ich habe hier nur... Ich bin auch tot. Ich kann hier nur schlagen. Ich auch. Okay, der Server ist auch scheiße. Oh mein Gott. Ja. Ich gehe nochmal zurück ins Hauptmenü. Der geht einem vor auf die Nerven. Das ist ja richtig dumm. Äh, also... Also, äh... Wir sehen uns gleich, weil wir noch einen Server gefunden haben. Gleich. Bis gleich, Leute. Yo, Leute, jetzt geht's los. Hier, ich habe eine Waffe. Jetzt geht's los. Hey. Was? Ah, scheiße. Oh, ich habe ihn getötet. Oh. Ist da auch drin? Ja. Ich bin auch noch schon tot. Oh, da ist er. Oh, ich gebe ihn. Okay, ich schmeiße jetzt mal Granat aus dem Fenster. Oh, ich habe eine Granat aus dem Fenster geworfen. Ist so geil. Oh, scheiße. Geht mir. Oh, geil. Ich habe Patchen. Oh, ich habe ihn gemacht. Uh. So, mein erster Eindruck von einem Spiel ist irgendwie sinnlose Ballerei, oder? Total. Da muss man hier in dieser Map auch noch Schlange stehen und warten, bis die vorne abgeknallt wurden. Ja. Bis meine FS mal wieder steigt. Warum ist die überhaupt so niedrig, ey? Das ist mal, geht mal gar nicht klar. Was war das denn jetzt? Mein Smiley. Ich nenn mich mein Smiley. Alter, warum nicht okay, wenn ich alle dann Granat werfen? Das hast du sogar. Ich kriege jetzt mal keine Granate. Oh, ich sehe so viel. Oh, ich habe einen Geist. Das ist so knapp. Das ist so abnormal geil. Ich glaube, ich kriege gleich nur Gas. Ich habe so viel Spaß. Ja, es macht richtig viel Spaß. Das ist so geil. Juhu. Es geht noch ganze 27 Minuten. Also, ich halte es dann immer 5 Minuten los. Ich auch nicht, Nibli. Irgendwie sind das so XP-Farm-Server. Das sind mir irgendwie scheiße. Ja, wo dann... Das ist richtig scheiße, ja. So, mach's nochmal einen neuen Server. Ja, geh mal raus. Dann sehen wir uns jetzt einen neuen Server. Und wir sehen uns erneut gleich wieder. Ciao. So, Leute. Jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier auf noch einem Server. Und wir hoffen, dass es... Ja, wir haben es endlich geschafft. Ja, und hoffen, dass es jetzt hier was wird. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich auch nicht. Hallo? Ich würde mich gerne bewegen. Hallo? Noch nicht. Ich verschieße. Okay, jetzt kann ich mich bewegen, lol. Juhu. Warum? Alter, das Spiel ist doch sowas von abgefuckt. Ich hab... Ich guck mal kurz. 60 FPS. Und es laggt. Mein PC kann einfach diese Triple-A-Spiele, diese super gut qualitativen, hochwertigen Spiele, einfach nicht verarbeiten. Das Spiel ist zu gut für meinen PC. Zu gut. Viel zu gut. Das ist viel zu gut. Das ist so unglaublich, wie gut dieses Spiel ist. Oh, ich hab einen erwischt, Juhu. Oh Gott. Nee, das Spiel ist es wirklich qualitativ richtig gut. Ja, es ist richtig. Meine Waffe wird nicht mal ganz angezeigt. Da fehlt was. Ich sehe hier nur noch mein Gegner. Was ist das denn? Bitte schön. Also oben steht einer. Komm, geh doch mal drauf, ey. Ja, wer war das jetzt? Ich natürlich nicht. Natürlich. Natürlich. Ich finde das auch immer ganz cool, wenn die Mütter in die Aufnahmen reinplatzen. Wie meine ich jetzt gerade? Steht jetzt gerade bei mir im Zimmer und guckt mich an. Das ist echt das Beste. Warum? Hallo? Das ist echt ein bisschen komisch. Gerade. Das ist so lecker. Brick. Ich bin in einem gegnerischen Team. Und da... Wuhu. Nein. Scheiße. Der GermanG killed. Checker. Was ist das denn? Meine Verbindung ist so schlecht, das leckte sogar. Autsch. Hatsch. Man könnte es nicht Hatschot nennen. Nein, wir müssen was eigenes erfinden. Brickshot. Ist ja ein Brickspiel, als so ein Würfelspiel. Da hätte man sich auch echt was Besseres einfallen lassen können. Wow, gewonnen! Wieso so geil! Lose! Och Mann! Ich hab gewonnen, ich will die Karte downloaden. Kann man sich downloaden, was ist das denn? Downloaden? Juhu! Ja, weil ich mir die Karte voll downloade. Ja, das Spiel ist so schlecht. Komm mal rüber in mein Team. Juhu! Bereit! Ähm... Ja. Ja, toll, jetzt sind wir alleine. Ich bin nur noch zu zweit. Äh, warte. Komm, kommst du nochmal raus und wir gucken nochmal nach was anderem. Und jetzt lassen wir es mal Aufnahme, also weiterhin in der Aufnahme. Damit unsere Zuschauer sehen, wie schlecht dieses Spiel ist. Genau. Ja. Meine Figur sieht richtig toll aus. Naja, egal. Ähm... Gehen wir nochmal auf Sortieren nach Spielt. Hm... Siehst du Nummer 17? Okay, der ist jetzt voll. Der... Tower ist... Ja, aber der ist voll. Bei mir sind nur... Es sind 8 von 11 drin. Bei mir ist nicht voll. Okay, dann gehen wir rein. Bist du drin? Bist du da? Da ist er. Start. Los geht's. Start. Los geht's, du, gell. Ach, das ist wieder der. Nein. Nein. Falscher. Ach, manno. Dann gehen wir wieder raus. Das ist nicht nur wie schlecht die sind. Man findet sogar immer wieder eine kleine... Eizurbo. Boah, Double Kill. Boah, ich bin sogar nicht auf dem Double Kill. Ich wäre hier raus. Ach. Lol, ich stirb'n Dach. Lol. Tin. Ich stirb'n Dach. Wie geil ist das denn? Bis auf die einen anderen hochgehüpft. Ja, und dann... ...habe ich mich drübergebackt. Hahaha. Und er hat das nicht erwartet. Jetzt komme ich mal von außen. Boah, fuck. Boah. Ich hab'n'n Ping von Null. Wie geil ist das denn? Kann man dann bitte schon eine Ping von Null haben? Was ist das? Man, da kann man immer die Rampage durchwerfen. Ich hüpfe einfach über alle drüber. Fertig. Ich hüpfe auf euch drauf. Ey, komm, ich hab' nochmal FTS-Entbrüche, man sieht so auf die Leute. Tim. Tim. Ich hab' ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Okay. Es ist richtig schlecht. Vor allem dieser Server. Der andere Server war auch schlecht. Ja. Ich mein', da ist alles schlecht. Bei... Bei mir wird... Bei der Waffe dieses... Der kleine Kreis oben auf der Waffe, der ist teilweise nur weiß. Den sieht man gar nicht. Ja, das Spiel ist nicht gerade das Beste. Ne. Aber ich würd' sagen, dass wir hier schon ein Fazit machen. Naja, okay. Bei Wulf-Team war es schneller. Da waren's dann schon seit 12 Minuten. Nach 12 Minuten hat es doch schon ein Fazit gezogen. Und es war so schlecht, dass jemand den Stimmflug bekommen hat. Oh Gott. Naja. Also, ich würd' sagen, wir hören hier jetzt an der Stelle schon auf, oder? Ja, das hätt' ich auch sagen. Ich hab' nämlich keinen Bock mehr. Hat keinen Sinn zu spielen. Ja. Naja. Also. Wir verabschieden uns. Viel Spaß. Haut rein. Äh, nein. Wir müssen ja noch ein Fazit ziehen. Die Bewertung fehlt noch. Ja, genau. Also. Dann bewerten. Bewerten mal. Ich soll mal bewerten. Ich würd' sagen, äh, eineinhalb Punkte. Von fünf. Okay, und ich würd' sagen, nur einen von fünf Punkten. Das Spiel ist grafisch nicht das Beste und lag trotzdem. Ja, ich könnt's auch auf höchste Grafik stellen. Und es macht auch nicht so nur nicht viel Spaß. Ja. Ich könnt's auf höchste Grafik stellen. Ohne Aufnahmen würd' ich's auch auf höchste Grafik schaffen. Aber es sieht immer noch genauso aus wie jetzt. Nur, dass die Augenbraue kein Pixel-Ding ist, sondern einfach nur ein gerader Strich. Das Spiel ist scheiße. Und wenn man da irgendwas anders erzählen will, dann kann sich sein PC in den Arsch schieben oder seine Maus. Oder? Ja, das Spiel ist richtig scheiße. Richtig schlecht. Also, ja, wir sehen uns. Viel Spaß, haut rein, ciao. Sagst du noch tschüss? Hallo? Er sagt nicht mehr tschüss. Okay. Doch, hat mich schon verabschiedet. Nur hat bei mir das Spiel im Hauptmenü gelegt. Ach so, okay. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt bitte nochmal. Dann verabschiede ich mich halt nochmal. Also, ciao auch von mir. Ciao. Bis zum nächsten. Bis Mittwoch. Ciao.